Als ich nach Deutschland kam, habe ich zum ersten Mal eine Waschmaschine gesehen. Echt? Da habe ich gewöhnt. Gibt es, dass du es zuerst geglaubt hast? Du bist das schönste Mädchen, das ich kenne. Machst du das eigentlich nur wegen dem Geld oder gibt es nach einem Jahr so ein Au-pair-Mädchen-Diplom? Ja, so eine Urkunde, wo draufsteht, dass man ein Jahr lang das Klo geputzt hat. Werd du es nicht frech! Hallo Wanda, sehen wir uns heute Abend. Das kostet dich 5000. Hast du schon mal ein Au-pair als Freundin gehabt? Ist eigentlich ideal. Herzklopfen. Ich habe Herzklopfen, wenn er in der Nähe ist. Weiche Knie. Trockener Mund. Störe ich. Was für eine Frage. Ich sehe was. Feuchte Hände. Was soll ich das? Appetitlosigkeit. Ich bin nur, weil ich drei Tage nicht gegessen habe. Gänsehaut. Hünse-Schwert. Ich sagte mir, es ist kalt. Gib mir die Jacke. Voll erwischt. Fasken! Sie sind doch bloß neidisch und total frustriert. Richtig, aber jetzt hau ich dich auf. Weißt du, wenn Mädchen sich zurückkehlt, gibt es dafür zwei Gründe. Entweder sie findet den Typen nervig oder sie findet ihn richtig gut. Wie soll ich das jetzt rauskriegen? Das kannst du nicht rauskriegen. Super Tipp. Ihr könnt hier schlafen, wenn ihr wollt. Das ist gar kein Problem. Sieht doch gemütlich aus. Es gibt noch ein Zimmer. Eins für dich und eins für Milena. Warum gibt es zwei Zimmer? Na, damit man sich beim Schlafen nicht stört. Sag mal, willst du eigentlich mit Jakob schlafen? Ich verliere mich gern in dir. Du brauchst mich zu fragen. Ich verliere mich gern in dir.